Fragmente und Holz rein. Und den Rest musst du selber gucken. Okay, kommst du? Obwohl, ich geh mal rechts, links. Mal gucken. Oh. Okay, ich glaube, ich bin ein Teil her. Ta-la-la-la-la. Wieso bist du stehen geblieben? Bei mir bist du eben ganz kurz stehen geblieben. Ich habe 34 FBS beim Aufnehmen. Normal viel, viel mehr. Jo, leuchtest du mir? Weil dann nehme ich das gleich mit. Ja, so ein bisschen Licht. Das sieht so bescheuert aus, wenn man hier so normal geht. Welche war ich schon überall? Ich habe doch schon mitgenommen. Dass hier Holz ist, das weiß ich. Beziehungsweise, dass hier Holz war. Hey, wo ziehst du hin? Jetzt gar nichts. Du hast voll daneben gezielt. Da musst du. Du Trottel. Nein. Bei mir hast du voll daneben geschossen. Warte, ich schieße jetzt mal. Wo ist das? Ach, hier vorne. Ich schieße jetzt mal. Warte. Ey, du. Du verdammt, verdammt. Das sieht so fehl aus. Das sieht aus, als... Du haust wieder falschen Axtseite da rauf. Wie fehl ist das denn? Ach, jetzt haust du richtig auf einmal, ne? Ich denke, das weißt du. Ach, dann weiß ich, wo noch was ist. Verdammt, der Penner darf mir nicht folgen. Nein, bist du so schnell. Nein. Oh Mann, nu. Jetzt habe ich keine Leucht mehr. Nein, Spaß. Läust du mir noch hinterher? Nein. Gut. 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 Echt? Ach so, ja, mein Ofen und Feuer ist noch an. Bitte nichts rausnehmen. Ach so, das Lagerfeuer kannst du mal ausmachen. Zack, mal runter. So, hier haben wir übrigens unser Haus mal im Offscreen-Modus hochgezogen. Das hatte, glaube ich, 8 oder 9 Stockwerke. Bin ich gerade disconnected? Lol. Ach, dann ist er wohl disconnected. Hoffe ich. Ich bleib' hier mal bei der Straße. Weil nachts kann man sich hier nicht so gut orientieren. Ich hoffe, man hat den Rülpser nicht so laut gehört. ich rock war haben abermag martin amже ivid ich bin raus geflogen und kann echter 1 ich mag die besorgen practice Connected hier sind normalerweise übelst viele Rohstoffe, nur das sieht man jetzt glaube ich in der Nacht nicht normal hier überall einmal längs wie gesagt normalerweise da ist ein Hirsch hey wo sind diese ganzen scheiß Rohstoffe hin nein ich sehe welche ein Schwein, hallo ah ja ne das ist nicht gut dass er jetzt mal kurz aufgeht ich mach damit einmal kurz einen Cut ich hoffe wir verrecken hier nicht und wieder da ja ähm der Mark hat sich jetzt mal so verabschiedet riftlich er muss jetzt drauf weil seine Mutter meint er soll munter sein und also wegen Blut abnehmen morgen wird bald Blut abgenommen und keine Ahnung wie das so bei denen ist aber naja so schlimm ist das jetzt dann auch nicht ich sammle hier nochmal ein paar Rohstoffe ein und solange werde ich dann wohl auch nicht mehr hier aufnehmen weil das macht zu zweit oder so doch viel mehr Spaß achso und es kommen demnächst auch noch ein paar mehr dazu das geht joa die kenne ich allerdings nicht so gut mit denen habe ich auf äh also auf dem letzten Server Offscreen mal gezockt aber auch nicht lange ein, zwei Stunden oder vielleicht auch vielleicht waren es auch drei aber nicht so lange ich habe schon gequatscht nebenbei noch über TeamSpeak haaa naja oh jetzt ist der Mark auch mal disconnected oder ich ich guck mal ganz kurz ich hoffe ich sterbe nicht TeamSpeak mal kurz beenden und ich mache auch nochmal ganz kurz ähm eine Aufnahme sorry dass ich mal ein bisschen lauter werden musste aber ich musste eine Stimme übertönen die man wahrscheinlich sowieso nicht gehört hätte aber naja so ist das denn nun mal und die Sonne geht auf wie schön irgendwie habe ich das Gefühl hier spawnen immer wieder neue Sachen aber eigentlich wollte ich hauptsächlich Steine sammeln also Eisen nein die da die da wollte ich in die Hand nehmen nicht die andere ach ja ach ja jetzt habe ich mittlerweile fast alles wieder aufgenommen außer Minecraft das mache ich in der letzten Zeit nur noch ja im Grunde genommen gezwungenermaßen ein aber ich nehme es halt nicht mehr so viel auf ich lade die deswegen auch nicht mehr so viel hoch kommt halt nicht mehr so viel nach ist halt die Laune momentan nicht da knarrt 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 so n semin kommt mir das nur so vor oder bug das server oder leg das server jetzt hier ein bisschen ich glaube aber das kommt mir nur so vor ach ich werde hier hat jaFI vergessen zu looten Schottgarn-Fels, die wir überhaupt nicht brauchen, weil wir da keine Schottgarns mithaben. Oder mitgenommen haben. Na ja, und links sehe ich einen Stein, da muss ich dann auch gleich mal hin. Oh, das ist mein Schwein, kein Waller. Und ich muss immer aufpassen, dass meine Festplatte nicht voll wird, weil die ziemlich am Ende ist. Weil ich so viel in der letzten Zeit aufgenommen habe und gar nicht hinterherkomme mit Hochladen. Viel ist auch schon gerendert, bestimmt schon wieder 80 Lits Place gerendert. Und immer noch was zum Rendern da. Okay, 80 nicht 60. 60 kommt hin. Sogar locker. Aber 80 könnte echt hinkommen. Ist echt viel geworden. Ob ich mal durch hab bestimmt an mit der Zeit. Und ich freu mich immer noch über Kommentare, die in der letzten Zeit leider nicht mehr so viel kommen. Finde ich schade, aber es könnte auch an den Ferien liegen, dass viele im Urlaub sind. Aber mein Gott, ja, im Urlaub, dann lasse ich euch halt im Urlaub. Ich störe das ja auch nicht. Ich war ja auch die letzte Woche im Urlaub, hab aber trotzdem aufgenommen. Jo. Nein. Ich war's in den Herbstferien. Das ist Osten. Das hier sind Osterferien. Bevor ich eigentlich nicht im Urlaub, dann mach ich lieber mal einen großen Urlaub. Äh, in den Sommerferien und Winterferien. Als auch kleine mal zwischendurch. Ich fliege halt lieber zwei, drei Wochen nach Malle. Anstatt für kleine Zwischenausflüge. Könnt ihr mal in die Comments schreiben, was ihr so besser findet. Lieber kleine Kurztrips. Nach Tirol hatte ich auch mal einen Zwischendurch gemacht. Das war in den Herbstferien sogar doch. Ab und zu mache ich sowas doch auch noch mal. Mal aber... Jo. Auch ne Woche. Naja. Was findet ihr denn besser? Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Müsst nicht aber was werden. Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie viel anected shooten am vac y Ja, wir wissen in Bezug auf dem Leben. wurde jeder auf voud Championwife der L�리schung wieder vermachen, es ist aber nicht irgendwo scheiße. Wie schon genau sind. Ja, wir wissen schon. Warum ist etwa ein Torffer für funk? Wir wissen jetzt, dass wir an einem Kasten drehen. Es war schon eine K Taste, wie schon gesagt. Can ich dir das jetzt? Ja. Ich habe meine Güven, wir haben ja jetzt den need. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.